Hallo und herzlich willkommen zu E-Gaming LP mit Max und einem Niggau. Wir spielen Far Cry 3, LP 12, gut irgendwie geht es hier am Bunker, bla bla, ich habe das falsche Setup gewählt und jo, ich bin der Lame Karl, also der Jocke. Und dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Den nimm ich. Nö. Und dann den. Die Leuchtpistole ist kacke. Was hat da nicht meine Streuung? Keine Ahnung. Aber wenn man damit endkillt, kriegt man immer letzter Schuss. Ich lehm. Naja, oder ja. Und! Drei-Fach-Kill! Oh, da sind schon wieder welche. Achso, ähm. Ja, machen wir das jetzt, die Qualität dann irgendwie, oder? Doch vielleicht. Ähm, uns ist oft gefallen, die Qualität von den anderen Videos hat ein bisschen noch gelost. Und, ähm, wir haben uns dazu entschloss, das zu ändern, deswegen, die Regelmäßigkeit verändert sich nochmal. Ein bisschen ins Negativer, aber dafür ist die Qualität einfach für besser. Ich habe hier eine Muni-Kill gefunden. Die ersten Elf-Kill kann ich jetzt nicht mehr verändern, weil ich die Dateien nämlich habe, aber ab jetzt wird alles in HD. Komm. Wo ist die Muni-Kiste? Das steht an der Wand. Ne, relativ mittig auf dem Weg. So rechts. So rechts? Na hier. Oh, jetzt kann ich gar nicht verpassen. Jetzt sind schon mal ein Kerl. Doch kommt man. Ja, sehe ich. Ich kann im geraden Kopfschuss werden. Und ich kann mir verliehen. Eilen. Hier, weh, Karl. Schieß schneller, du UN-Hunderding. Kill assist. Gut. Oh. Ist doch nicht gerade einer gerannt. Da oben hinter der Barrikade. Da irgendwo. Da oben hinter der Barrikade. Können wir in Anzügen? Ne, Leuchtmistole. Muss schon hier ran. Stimmt, ja. Hat ja gleich, dass die nur auf kurzes Trans-Damage machen. Nicht wie weit Team Fortress. Boop. Sind sie schon fertig? Ja. Ja. Boop. Ich probiere die Maße. Die sieht eigentlich sehr edel aus. Und das war mein... Geschütz! Toll, ich wollte schon... Ich hab ihn schon gekillt. Einer weder stirbst. Und ich's gesagt. Weder stirbst. Super. Super. Gut, ja. Leicht bisschen ist kacke. Okay. Machen wir miteinander an das da. Ich weiss ja, irgendwie ist meine... Meine Sniper brauchen, ne? Interessant. Blöd. Dann hast du vielleicht die... Sind wir jetzt schon wieder hier? Na jetzt, klar. Ich meine, kein Checkpoint erreicht. Ach, der... Fängt gut an. Ah ja. Boah, das ist ein cooles Visier. Das ist ne AK-47. Gut. Ja. Der ist noch tot. Kommt zwei. Erinnern ja. Beziehungsweise erinnern ja. Etter. Da machen. Level ab. Oh. Nachts, wie sie... Und? Ist klar, dass er dann mich hält. Api ist nicht so viel, ey. Messer. Ah, nicht. Gut. Und immer noch ein Ton, oder? Machst du den links, der da auf mich schon sagt? Ja. Oh. Oh. Ich mach das jetzt... Wow. Was geht hier auf? Der... Der hittet mich hier. Guck mal, ein Stück näher. Sind wir unterwegs. Der da war das bestimmt ja auch. Der da... Komm. Jetzt haben wir einen Checkpoint erreicht. Warum war das gerade eben jetzt? Oder sind wir hier gestorben? Kuh! Also sind wir hier gestorben. Ich hätt auch gesagt, dass... Meine Fresse! Boah, doch hier ist schon vorbei. Boah, da links! Na Gott, die hast du beide. Doppelkill. Monik hier streckt wohl. Hier ist Spezialwaffen. Was hittet mich denn hier schon wieder? Hier, der! Waschen? Jo, Messer. Stimmt. Oh! Hund! Ich hab keine... Äh... Ich hab keine Spritzenmäher und... Das war Leuchtpistole. Haben wir gerade den Finger hingegen. Boah, das stimmt nicht doch gar nicht. Boah, das stimmt doch gar nicht. Ich tauscht auch nichts gegen meine Magnum. Hey, ich will da nicht! Boah! 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 Boah, rechts! Edda! Ne, auf jeden Fall ist er tot. And I kill is is good, deswegen war der angefrackt. Und den hasch auf jeden Fall. Ein APG Launcher. Witzig. Hier sind wir doch gestorben. Genau in der Leute im Haus. Ja. An was? Ich weiß doch, boah! Ah, das Geschütz hat mich gekillt. Und dann bist du irgendwie ohne dich gestorben, glaube ich. Jaaaa... Ja. Ich war doch nicht so vertraut mit der Leuchtpistung. Ne, ist kacke. Na, geht. Ich war doch nicht so vertraut mit der Leuchtpistung. Na, geht. Ich war doch nicht so vertraut mit der Leuchtpistung. Es gab eine Daka. Alles Andere ist gut magnum. Deswegen hab ich ja nur noch einen 30 Schuss mit. Oh, da oben da. Oh! Wo steht glaube ich immer im Schütz? Hier mal noch hin und messern den. Na? Vielleicht sollte man die Treppen treffen? Ah, mit Header. Tag als Herausforderung absolviert. Interessant. Wo machst du das? Ich wollte einfach mal auf dich schießen. Ein Tor. Schieß auf das Tor. Wahrscheinlich geht es hier auf. So, hier. Deck mich. Okay. Reicht. Er auf. Na, wir passen doch da durch. Schiebt und schiebt. Nur weil du zu fett bist. Dann, du bist der jubilig. Und. Oh, ne. Ne, ne. Ne, sei, sei. Und schiebt. Trinkst du doch nur ammo? Welche willst du? Ja, ammo space. Dann bist du fertig. Je welche will ich. Zwei. Na, dann hab ich die andere. Aber stehen bei deiner. Einfach nur ammo space. Drei, zwei, eins. Juhu. Pew, pew, pew. Ich hab keine Waffe. Was ist das? So, stein. Opa, opa, opa. Wieso? Was hast du denn nur als Deckendleiter? Äh, weil ich bist. Ne, ich hab aber eben zu, äh, links gewechselt. Zu, zu der Shotgun. Mach schon mal eine Uhrzeit für mich. Ne Uhrzeit? Lass mal gucken. Ja, so hoch. Äh, ja, mal noch eine Uhrzeit. Bin jetzt in den Kopf. Level Aufstieg. Oh, ich seh nur mein Visier. Guck mal. No, 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 no. I'm a ghost. Accept for my Visier. Ich darf auch die Waffe grad nicht wechseln. Was geht denn ab? Okay. Checkpoint erreicht. Planes. So, mal vielleicht mal. Ah, jetzt geht es. Okay. Dann hat ich vielleicht schon weg. Ja. Ach, da hinten muss ich hin. Ich weiß nicht, wo ich grad rumlaufe. Du warst nur im Visier, weil er soll nie ich wissen, wo du rumlaufen wolltest. Sau offenes Feld. Und ich seh grad niemanden. Hier wäre eine Sniper sauge. Das stimmt so Minenfeld. Das ist mir witzig. Was sieht denn hier? Oh, schätze mal. Hey, das ist mir nicht klar. Das sieht irgendwie noch Sniper-Level aus. Ja, toll. Toll. Ich hab meine, natürlich nicht gewählt. Ich bin das Sniper hier. Ich will doch mit der Pupp. Ich will mit dem Panzer da fahren. Geht das? Kann man Fahrzeugen stecken, beziehungsweise nicht steckt man Fahrzeugen? Mal was über E. Das gibt man euch schon angeboten. Von wo schießt der auf mich? Doch, von der ist Anna. Messer! Messer, Kai. Okay. Aber der ist tot. Hast ihn gekillt? Ein gekillt aus dem Jenseits, glaube ich. Aber irgendwie sagt er umgefallen. Da kommt Anna von links. Ja. So, ich seh grad. Ja, da hinter dem Stern ist Anna. Gott, da von links kommen. Gibt Anna. Mach was! Sieg grad nicht. Gut. Ist nicht tot. Ach man. Schmeiß nicht, Nate! In der Rechten, Josh. Ist der tot? Der tot vor dir. Na gut. Wenn's ich nicht. Ich bin schon aber lowlife. Bin dort. Wer hat dich gekillt? Ne, das bist du. Wo war der? Ja, ich komm so sehen. Danke. Ich weiß nicht, wenn irgendwie bin ich grad fail. Tja. Vorhin BF3 schon, ey. Letzter Schuss, Kopfschuss. Doch, rechts war noch Anna. Den hab ich nämlich nicht gekillt. Ich geh den Spritzen, falls du dich interessiert. Hätt ich grad rausgenommen. Der war tot. Ich probier mal nochmal hier die Waffe aus. Oh, der war doch nicht drunter. Oh, ich mach's nochmal mit der Magnum. Schleppel, schleppel die Magnum jetzt bis Max. Und was ist Max nur noch da drin? So, der sucht war, der sucht war sinnvoller Balkon. Wo ist die Muni? Gehst? Jetzt, äh. Achso, die. Ich steh hier neben... Was ist los? Ich steh hier neben Gold. Hier, so. So, so. Wo müssen wir dann hier hin? Äh. Äh. Hier hin. Zur Garage. Da steht jetzt bestimmt ein Panzer drin. Das wär geil. Nee, die Lücke ist ne größere, für ein Panzer. Das ist mein Auto. Das ist ein Jeep. Ruf den Aufzug. Oh. Halte das Gebiet. Wow. Hier stehen Fässer rum. Die haben ja echt mal die Luft. Oh, die werden sterben. Jo, so ist das. So, das ist doch das. So, und hier ist A noch. Und das doch. Gut. Und dann hat Law Inc. noch eins gestanden. Wow, wow, wow. Hier ist einer. Ich bin low life. Bin gestoppt. So. Nee. Nee. Aber ich muss was denn noch von vorne machen. Wenn nicht, dann gibt's ganz kurze Katze. Ich hole nochmal was Saboteurding. Weil ich brauch grad ne recht gute Squidwaffe. Ja, und schon mal so. Und die ist gut. Wenn ich ach mal auswählen. Die ist auch ruhig. Ah gut, da ist es nicht weit. Also, Mama kennen. Boop. Ach, duft die Füße. Da steht da eins. Ich hab noch extra Achtung gesagt. Nur das Sorge. Nur noch nicht direkt. So, mein erstens von hinkommen. Ja, ich will mal ach schon mal. Da. Von rechts und weiter rechts. Oh. Und. Kind ist. Oh, nein. Nee. Nein. Ja, muss sein. Nein, Nolan. Ach, du lebst noch nicht. Wie weißt du, wenn du mich einfach leicht stiegst? Ich will mich nicht still. Ми, mi, mi. nur noch nicht tot boah ey schon wieder was ist los mit mir komm schon gut besser doch recht zu dirk ist noch einer da ist er inzwischen weiter weiter von da oben ich glaub da ist ein Messerkall der locker auf mich zukommt da ist er in der Hand stot fuck ich bin dort ne nicht wahr ach da liest du meine bewegt dich bewegt dich dann lach dir nicht nur vorne ach Dreck schandig gut Sniper und nur rechts lach doch nur vorne kalt ich bin tot komm her so und jetzt war man die Sniper ja ich hab die Sniper nicht also ich hab sie geschossen aber nicht getroffen wow gut die Sniper ist nochmal ich glaub ich an ja also das sind beide gleich grad gestoppt ich geh trotzdem noch mal boah ich brauchte ne muni kiste steht im Haus die war hier genau von rechts zwei Stück in Hanisch an den anderen A noch einer aber da kommt einer auf lang boah ich muss weg nein nein ich muss nur laden von rechts hin am Panzer ist noch einer gut gut ach komm schon hals herausforderung ab soll werden schön doch steht noch mal eine Sniper hin am Panzer ich hab sie angefragt aber nicht gekillt da gut von rechts von noch weiter rechts ich weiß mal ne ne alles klar ich nehme zu richten Haupttor wow komm schon komm schon komm Tee sie kann nicht was los ist ich bin lowlife ich bin lowlife ich bin lowlife als dass ich mich hier dürfte fuck Hanisch Kopfschuss ich wünsche mir lowlife ja da hinten steht doch noch einer wow er auf der Strasse Kopfschuss Hanisch ich kann nicht hin kommen komm mal näher nochmal zu dir das Ding ist wir sind jetzt schon sehr weit am äußeren Gebiet man das war 70 ja komm mal geh mal das Ding ist noch nicht auf da wunkerst noch nicht auf und dann machen wir mal ganz kurz kratzen ja von oh da hinten hinner fährt sie ja ah meine Güte dann zieht ja da kommt noch einer ja von links kennt er nach ja genau den wenn ich Kopfschuss da ist ein Schrotflinkenkalender gewesen ey danke von oben vom Barsch ich habe schon getroffen und nicht gekillt Sniper komm nochmal raus Heather gut was heißt das eigentlich wenn es wie sie hier golden wird äh ein bisschen am Kopfschuss nachfahren ey ne das ist dann auf jeden Fall ein Kopfschuss gewesen kann das nicht Sinn dass das ein One Hit ist? das könnte weil äh äh ich trete auf die Berge ab und an man hat der einfach nur rotes Sniper Sniper auf dem Barsch hin der dort die steht aber im Jeep die steht aber im Jeep die feuer auf mich ich war schuss noch einer scheiße fuck truck vorkommen das 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 der der dich gekillt hat den Hannisch gut ich habe der der ich will den fahren erfolg in die Tiefe ja ich denke das ist auch die die vor die vor die vor die vor end ciao die vor die vor die vor die vor der die vor Vielen Dank.